Hallo, wir sind in Aachen zu Besuch bei Juli und Juli hat einen ziemlich coolen Rollstuhl und wie der funktioniert, das zeigt ihr uns heute. Da kommen sie schon. Braucht man dafür eigentlich einen Führerschein? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es schon ganz schön, einen Rollstuhl zu haben. Und es dauert aber wahrscheinlich schon ein bisschen, bis man so raus hat, wie man damit umgeht, oder? Wie lange hast du gebraucht, bis du damit richtig gut fahren konntest? Eine Woche. Eine Woche nur? Und sind die immer pink, die Rollstühle, oder hast du dir die Farbe ausgesucht? Äh, die Farbe ausgesucht. Und du hast mir eben erzählt, du hattest auch schon andere Farben, ne? Mhm. Blau, rot und dann rosa. Sieht auf jeden Fall ziemlich kompliziert aus hier mit den ganzen Knöpfen. Zeigst du uns mal, wie das funktioniert? Ja. Jetzt fahr ich hoch. Jetzt kann ich wieder runter gehen. Jetzt kann ich auch noch so kippen wie ein Bett. Hier ist der Normallicht. Dann mache ich jetzt an. Und das wird mein Blinklicht. Ich habe sogar eine Rupe. Hier kann ich die Geschwindigkeit einstellen. Ich kann hier mit dem Joystick lenken und und jetzt zeig, wie ich rumkampen kann. Wow, das sieht ziemlich schnell aus. Fährst du mich nach Hause? Ja. Ich bin bereit. Ich bin bereit.